Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Cream Light Valley. Wir sind gerade am Pflanzen von ein paar Zwiebeln, weil wir ein bisschen Freundschaft mit dem guten Stitch haben, der da so verlassen rumsteht. Und ja, wenn wir den jetzt dann aufgepusht haben auf ganzes Level 10, dann nehmen wir glaube ich das nächste Vanillopie mit. Wir haben ja immer was nebenbei zu tun, unsere tolle Mission dann mit unseren Space Ranger und ja, dafür müssen wir noch ein paar Blumen sammeln und Eisen finden. Ach ja, Cream Light Valley. Ich frage mich echt, wann dann das neue Update kommt, weil eigentlich hieß es Ende Januar, keine Zeit, das ist jetzt die zweite Februarwoche, aber ich denke tatsächlich, dass wir bald kommen und dann kommt da glaube ich jemand aus dem Monster AG. Ich bin echt gespannt, wann dieses Update umgeht, weil es kommen immer so kleine Sachen halt, also es kommen jetzt keine großen Bereiche oder so mehr, sondern es kommt halt dann immer so kleine Charaktere. Aber vielleicht, also ich weiß nur, dass die letztes Mal so einen kleinen Fehlerpatch rausgehauen haben und vielleicht haben die noch irgendwelche größeren Probleme und dann brauchen wir halt mal eine Woche länger oder so, das ist ja in Ordnung. Wir haben ja eh noch ein bisschen zu spielen, wir haben ja noch ein bisschen Content und selbst wenn ich jetzt da durch bin und noch die neue Person nicht da ist, dann spielen wir halt mal keinen Cream Light Valley, sondern machen wir von so einem allreichen anderen Projekten weiter. So, dann bin ich dafür, dass wir ganz kurz nach Hause schauen und die Sachen heimbringen und ich könnte mal schauen, ob wir für Stitch irgendwas vielleicht machen können, was ihm voll gut gefällt. Okay, der hat es nämlich fast. Ziegelsterne, süße Udonnen-Nudeln. Süße Udonnen-Nudeln, das wird so anders, wenn ich da bestimmte Rezepte wochen liegen habe. Okay, eigentlich brauche ich nicht versuchen, um das wegzusortieren. Ähm. Machen wir doch kurz süße Udonnen-Nudeln für Stitch. Was sind diese komischen blauen Blumen? Nein. Irgendwie sind die da nirgends. Und meine Zwiebeln. Ich nehme jetzt meine Zwiebeln nicht, weil ich zu viel habe. Ja, okay, dann brauche ich nur 40. Die anderen vier verkaufe ich halt dann. Komm, habe ich eigentlich auch vier aufgeteilt. Ich bin manchmal auch ein bisschen beschaut. Äh, okay, süße Udonnen-Nudeln. Ich hole meine App. Haben wir glücklicherweise. Ähm. Süße Udonnen-Nudeln. Boah, Dreamlight-Frucht. Nee, das geht gar nicht. Was war das andere? Das ist Teraki irgendwas. Und Ziegelsteine. Ziegelsteine. Notfalls. Ich habe heute, glaube ich, Ziegelsteine gekauft. Ähm. Gibt es einfach die für Stitch. Ähm. Ach, da brauche ich wieder die Maus. Stitch. Teriaki-Lachs. Teri. Okay, das sieht nach einem blauen aus. Das müsste ich nämlich erst da haben. Also wir brauchen einen Lachs. Das ist ein Fisch. Schauen wir mal, dass wir einen Lachs finden. Also ich bin mir sicher, wir haben irgendwo einen Lachs. Und für Schwerf und Lachs. Einmal Lachs. Einmal Soja. Reis. Soja. Was ist da? Nee. Das ist bestimmt nur das Gemüse. Ähm. Soja. Oh, wir haben einfach so viel Spangl da. Ähm. Okay, hier ist nicht Soja. Starfleet, ja. Ähm. Soja. Reis. Ingwer. Zuckerrohr. Ich habe keinen Ingwer. Wo gibt es, was ich da mache? Das macht keinen Sinn. Stitch. Du kriegst einen Ziegelstein von mir. Wenn du mit Ziegelstein zufrieden bist, dann kriegst du einen Ziegelstein von mir. Ich brauche nur einen. Dann habe ich auch ein bisschen weniger Leben im Lager. Schau mal Stitch. Agatha. Ich habe da auch was für dich. So. Stufe 10. Höchstes Level. Das ist gut. Danke. Ja, ja, ja. Yay. Stufe 10. Oh. Stitch will musizieren. Layla, helfe Musiker für Bands zu finden. Musiker sind wie Könige. Lass uns eine Band gründen. Ja, Stitch und Bands gespielt zusammen mit Musikieren. Viel mehr Spaß. Stitch will unser Duo sein. Ja, Duo. Helfen wir einen anderen Musiker zu finden. Okay, ich glaube, es gibt jemanden, der Laute spielt. Das ist wie eine komische Gitarre. Ich übe erstmal weiter. Ich mache mich auf die Söhne nach einem Dorfbewohner, der in der Band spielen könnte. Ja, ich übe Hüftschwung, um Musterbühnenbürger zu werden. Ja. Dann schauen wir mal ganz kurz nach, was denn vielleicht die Vanillopee will. Dann könnten wir nämlich die auch gleich beschenken für ein höheres Level. Tazitatella und Risotto mit Fisch. Was ist denn ein... Schauen wir mal. Tazitat... Taz... Gibt's nicht. Risotto. Irgendein Fisch, eine Reis und eine Butter. Das ist hier halt wenigstens schon mal ein bisschen weiter. Reis, Fisch, Butter. Reis. Ey, was haben wir für einen Ruck? Hier, KW. Und noch eine Butter. Hm. Okay, dann suchen wir Vanillopee. Ziehen wir mit ihr gleich los. Schenken wir das eben. Und... Okay. Ja, die sind gerade alle nur angezeigt, weil ich die ja alle auch als Musiker wählen könnte. Aber ich weiß, dass ich Christoph brauche. Deswegen suchen wir dann gleich nach Christoph. Und sollte ich da jetzt auch das halbe Dorf anlabern. Hm, wo ist die jetzt hin? Hey, da unten irgendwo. Schaut sich die Turmohren. Komm schon. Ich hab was für dich. Und zwar ein Risotto mit Fisch. Okay, das hat so gar nichts gebracht. Okay, du kommst mit. Für mich. Du bist wirklich die Beste. Komm schon. Ja, lass uns abhängen. Ja schon, du würdest nie fragen. Okay. Dann suchen wir mal ein Dorf, ohne zu musizieren. Und das ist hier oben der Christoph. Gehen wir mal rüber zu ihm. Nehmen wir mal Hallo. Hey, Christoph. Du spielst doch lauter, oder? Natürlich. Warum fragst du? Stitch wäre eine Band gründende. Ich hoffe, dass du mitmachst. Die zwei würden zusammen wirklich rocken. Glaubst du? Ich weiß nicht, ob wir als Künstler gut zusammenpassen würden. Musik ist etwas, das ich irgendwie für mich habe. Aber ich bin nicht auf dem Publikum aufgetreten. Es ist gut, seine Komfortzone zu verlassen. Weißt du, vielleicht hast du recht. Das kann dir lustig werden. Stitch und ich machen Musik für das ganze Dorf. Das wäre natürlich großartig. Oder ein komplettes Desaster. Dann fängt es besser an zu üben. Ich würde mit Herrn Duck reden. Jetzt, wo wir mit Ben zusammen haben, brauchen wir noch eine Tonanlage. Vielleicht hat er eine, die er uns leihen kann. Ja. Ein paar Topas oder so wieder. Frage da, Gobert Duck, nach seiner Musikausrüstung. Wendt denn der schon wieder hin? Ich muss mit dir sprechen. Ich auch mit dir. Herr Duck, Stitch gründet eine Band. Und wir dachten, dass du vielleicht eine Tonanlage leihen könntest. Dir eine Anlage auch sein. Also etwas kann ich nicht irgendeinem sagen. Vor allem, was ich gehört habe, würde diese kleine Blaukärchen. Sie mit Stücken zurückbringen, wenn überhaupt. Musik wird helfen, Stitch zu besänftigen. Ja, es wäre gut, die Energie des jungen Stitch auf etwas Produktives zu konzentrieren. Ich suche eine Tonanlage für dich. Aber zuerst gebe ich dir ein paar Ratschläge, damit das Profitables unterfangen wird. Wenn es um Musik geht, geht es nur mehr als nur einen Klang. Es muss auch ums Image. Du musst für Musik werben. Ach nein, du wirst mich doch nicht zwingen, ein T-Shirt zu tragen und ein paar Schilder aufzustellen, oder? Bist du wohl immer noch sauer deswegen, oder? Nein, ich würde dich nicht wieder zu so etwas zwingen. Aber du solltest ein paar Bilder von Stitch besorgen, um seine Band zu werben. Das ist eine großartige Idee. Stell dich auch sicher, dass du ein schönes Hintergrundbild für ein Foto-Termin hast. Du bist ja professionell aussieht. Komm zu mir zurück, sobald du eine Fotopulist erstellt hast und sagen mir, wo das nächste Ton ist. Ach, schau mich an. Ich fange schon wieder an wie ein neues Geschäft an. Ich hoffe, dass es ein Profitabless anliegen. Teile zum Basteln. Ich hoffe, ich habe noch genügend Eisen. Lustig. Hey, guten Abend. Bin jetzt auch endlich da. Wie geht's dir? Wie läuft's? Ja, ich bin noch ein bisschen fertig vom Feiern gestern. Aber ansonsten passt schon. Okay, wir brauchen Eisen. Kann ich eigentlich das Bild hier ändern? Irgendwas blöds, was nicht komplett scheiße aussieht. Hier komm, das ist doch süß. Ähm, okay. Dann gehen wir mal ein bisschen Eisen sammeln. Brauchen wir eh noch mehr. Gut. Ja, es läuft eigentlich ganz gut bis darauf, dass ich aber eine blaue Blume nicht kriege. Was ist denn noch sonst? So. Äh, wie war's gestern? Sehr süßig. Nee, gestern war Katastrophe. Ich war damit noch Freundin und ein Kumpel und waren alle sehr stark getrunken. Und ja, er hat ja dann noch einen Hintern gehauen. Und ich habe darauf gewartet, dass sie ihn entweder als gleich komplett fertig macht. Oder dass ich gleich ins nächste Gebüsch zusammengehe. Okay, das war mir nicht ganz sicher, was von beiden Eintreffen wieder war. Glücklicherweise ist nichts von beiden eingetroffen. Aber ja. Ich war heute sogar in der Schule. Hm. War recht lustig. Ich war heute früh natürlich mal wieder ein bisschen über die Toilettenschüssel gehangen. Und dann dachte ich mir so, jetzt kannst du eh schlafen, wenn du ins Bett gehst. Ich habe von Achterbahnen geträumt. Ähm. Dann wird das eh nichts werden. Also dachte ich mir, kann ich auch in die Schule gehen. Da bin ich wenigstens wach. Jetzt am Nachmittag drei Stunden schnell gepennt. Und jetzt bin ich einigermaßen wieder fit. Also ich merke es in meinem Fall, dass er jetzt ein bisschen wehtut. Aber naja. Boah, es war gestern schon interessant. Und ich wurde von irgendeinem 40-50-Jährigen angebaggert. Ähm, in den Club, wo ich ja immer gehe. Und dann meinte er, wirst du, ich bin die schönste von den ganzen Club und so. Und ich so, mhm. Das ist sehr interessant gewesen. Also ich hasse es, angebaggert zu werden. Das mag ich überhaupt nicht. Da oben so ein Teil. Das ist ein grünes. Ich glaube schon. Wir müssen hier nach oben. Soll sich hier noch schnell schauen, ob wir irgendwelche Pläne rumstehen. Okay. Ja, die müssen das sein. Weiß ich auch für was, glaube ich, die Bilder gut sind. Ich glaube, wir kriegen echt nichts anderes, weil wir die nur im Haus aufhängen können. Ah ja, es war ein sehr interessanter Abend. Okay, jetzt fehlt es noch eine einzige von diesen Dingern. Hm. Sonnige Ebene und... Ja, sonnige Ebene, wollen wir heute noch nicht so da hinten. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht liegt da noch irgendwo was und dann können wir auch gleich hier ein bisschen Eisen mitnehmen. Okay, Nala versteht sich gut mit der Gutel. Das verwundert mich ein bisschen. Okay. Wirklichkeit ist wahrscheinlich Nala einfach böse. Und möchte einfach nur das Simba an Scar ausliefern oder so. So ein Scherz. So. Ein Tomalin-Golden-Kohle. Warst du mit deinem Einkommen, Christian, auch zufrieden? Ja, das war tatsächlich rechte Wahr. Also ich hatte halt praktisch einen Top und eine Leggings und über der Leggings hatte ich eine kurze Hose an, wo ich mein Handy reingesteckt habe, weil da musste ich keine Tasche mitnehmen. Das war echt praktisch. Ähm. Ja, also es war ganz cool. Aber mein Kostüm ist jetzt in der Wäsche, weil aus irgendeinem Grund ist es sandig. Ich weiß nicht wieso. Und es ist Handwäsche, das heißt, ich wasche es jetzt auf meinen Wäsche. Weil ganz ehrlich, Handwäsche kann ich nicht. Wird schon nichts passieren. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das sandig ist. Ich weiß nicht, was ich getrieben habe. Okay. Ähm. Ich muss jetzt mal kurz auch mit dem Chat auf mein Handy schauen, weil es mal wieder der Chat eingefroost ist. Also der Stream bei mir. Sollte es vielleicht wieder möglich sein, aber trotzdem. Naja, da zeigt mein Computer wieder Höchstleistungen. Ich weiß nicht, was das immer ist. So. Dann schauen wir mal. Okay, anders gerade ist es mir nicht egal. Dann machen wir mal kurz die Teile zum Basteln. Also heute war dann schon ein anstrengender Tag. Hören wir mal als erstes auf, weil wir haben jetzt auch ein bisschen was wiedergefunden. Ähm. Okay. Ja, keine Ahnung. Es war interessant der Abend und ich brauche so schnell davon, glaube ich, echt keine Wiederholung. Und die eine Freundin, mit der ich da unterwegs war und mit dem Kumpel, also zusammen gehe ich mit denen bestimmt nicht mehr weg. Ich überlege auch einfach zu beiden so ein bisschen den Kontakt abzubrechen, weil das echt heavy war. Weil, keine Ahnung, ich hätte eher ihr auf den Arsch gehauen und sie hat halt gesagt, hey, hör auf damit, ich habe einen Freund. Wäre es ja okay gewesen. Sie hat auch gesagt, sie hat einen Freund, aber irgendwie hat sie halt sonst nichts gesagt. Und das fand ich ihr ein bisschen verwerflich. Aber gut. So, ich muss eine Furtverlisse bauen. So, einmal zu Dagobert. Okay, ja, also es war ein interessanter Abend. Reiche jetzt auf jeden Fall erstmal wieder. So schnell brauche ich nicht mehr feiern gehen. Und, klar, ich freue mich, dass ich irgendwie, ja, keinen großen Stress dann mehr hatte. So, wir nehmen da mal alles mit. Ah, da ist Dagobert. So, so am höchsten Punkt, dass er so das Tal überblicken kann. So, dann schau mal, was wir streamen schon zwei Stunden. Und ich muss mal wieder einen Cut machen. Okay, dann machen wir diese Stelle mal einen Cut und sehen, was nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Disney Dreamlet Valley. Bis dahin, bye. Bis dahin.